Okay, bereit? Dann los. Ja. Hast du gerappt? Das nehmen wir. Ich habe noch 96%. Da siehst du, das reicht. Das reicht. Okay, und da sind wir. Cool. Ja genau, vor Grim Batoll. Einer meiner Lieblings-Innies. Und ich würde sagen, keine Zeit zu verlieren. Genau. Rinder. Der Draka hat Hunger. Ja, Draka hat Hunger. So. Das war dann schon einer. Nee, was haben wir dann? 86. Genau, wir haben nämlich gerade überlegt, also entweder ist denn hier Schluss nach dieser Inni für immer, oder wir gehen noch die drei Instanzen, die erst später dazu gekommen sind. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ihr werdet es sehen. Oder eben auch nicht. Oder eben auch nicht. So, gleich können wir Drachen fliegen. Ich bin verflucht. Ja, das waren wir schon immer bewusst. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen aufdrehen, wenn ich hier wirklich eventuell die letzte Inni sein könnte. Genau, dann müssen wir noch mal zeigen, dass wir nichts können. Genau. Nicht nur das, sondern auch, dass wir Spaß dran haben. Dankeschön. Also, man muss die trotzdem alle rausholen. Okay. Äh, Spaß. Also ich hatte auf jeden Fall Spaß. Ja, muss ich sagen, es gab natürlich so ein paar Folgen, die so ein bisschen schleppend waren, was man eventuell auch mitbekommen hat. Ja. Ja. Aber gut, ich meine, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Spielprinzip, dass man das halt einfach so ein bisschen la-di-da nebenher macht, ohne jetzt beständig in der höchsten Begeisterung zu sein. Und es gab halt immer wieder Folgen, die halt einfach mega cool waren. Die Welt ist verwandelt. So. Ich. Na, jetzt sind wir doch zugleich. Naja, wurscht da einfach auf alle drauf. Wir kennen ja die Route, die gelaufen wird. Okay. Haben wir hier die Quest eigentlich für? Ja. Die hier müssen wir auch machen, die kleinen. Die kleinen auch. So. Ach, das ist doch schön. Ja, ist so ganz schön hektisch, oder? Wir werden wirklich nicht mehr viel übrig haben am Ende. Ja, das ist krass, hätte ich nicht gedacht. Also entweder skaliert das halt mit der Waffe, ja, ja. Das skaliert alles mit dem Waffenschaden. Alles gut. Alex Trassas Mut fällt über uns her. Denk an die Kleinen, wäre cool, wenn wir die Quest... Ah, sollten wir... Na, ich denke auch. Nicht im Sichtfeld. So, eins musst du noch. Sehr schön. Ja, haben wir fertig. Verstärb die Fond, wir werden angegriffen. Da ist wirklich nicht mehr viel, glaube ich. Sehr geil. Das... Ja, dann geht's halt schneller. Ist auch schön. Ja. Und wenn noch was da steht, dürftest du auch irgendwie recht low sein vom Leben her. Mhm. So, auf jeden Fall haben wir einen guten DPS für unser Level. Ja. Der hat auf jeden Fall alles verfälscht. Ja. Der hat auf jeden Fall alles verfälscht. Auf jeden Fall. Ja. So, ähm, ich mach das Add, oder was? Das Wilanne, oder gab es nur Firo? Weiß ich nicht. Wir werden sehen. Ich glaube, das ist jetzt hier alles, äh... Gar nicht mehr so wild. Auf jeden Fall kommen Adds. Oh, ich hab das Wilanne gemacht. Sehr gut. Blitz. Blitz auf mir. Äh... Uh, das war aber harschhaft. Blitz auf dir. Ja, wo soll auch sonst hin? Ja. Souverän. Souverän. Geht's jetzt zum Schmuck? Hat der nicht der Schmuck von was gebracht, den ich dir gegeben hab? Ähm... Ich hab'n... Also, sehr wild, ganz nice, aber jetzt auch nicht überragend und... Ich wollt' halt meinen... Minitrox? Ähm... Dings nicht. Verlieren. Meine Tentakel. Deswegen... Absch das gelassen. Achso. Naja. Randa! Ich glaub' bei dem ist man früher auch extremst oft gestorben, weil... Man musste irgendwie weglaufen... Der hat irgendjemand hochgenommen oder so, glaub' ich. Ja, der hat verschiedene Phasen. Also, der kann halt verschiedene Haltungen, glaub' ich, einnehmen. So wie... Ja, stimmt. Und je nachdem, was er für eine Haltung hat... ...must du halt darauf reagieren. Warten wir erst, oder...? Ja. Okay. Wir machen schön klassisch wie immer hier oben. Klassisch! Das hätten wir eh nicht geschafft da unten. Das glaub' ich auch. Baden gehen? Ähm... Ach... So ein warmes Bad, wa? Oder? Ja, mir ist nämlich grad auch schon wieder ein bisschen kalt. Heizt du schon? Ich hab grad Fenster offen die ganze Zeit wegen Rauchen. Das könnte erklären, warum's ein bisschen kühler ist. Mhm. Weil ich hab, glaub' ich... ...meine ich, gestern anfangen zu heizen. Nachdem ich letztens, äh, mal in einer Wohnung war, die geheizt wurde schon. Und das auch nicht ganz muckelig fand. Ähm... Ähm... Es geht weit, wenn er nicht fertig wird. Mein Sturz. Und da raus. Genau. Mein Sturz muss noch gar nicht dein Sturz sein. Nee, das passt jetzt überhaupt nicht. Der sturmt dann, glaub' ich, auch an, je nachdem. Also, in irgendeiner Haltung hat der, glaub' ich... Konnte der ansturm? Die Frage ist auch, was davon ist jetzt normal, was Hero... Naja... Das vermischt man ja dann immer nicht mehr. Weil Hero hat man ja wesentlich öfters gemacht, als, äh... Gezellet. Ich bin auf den Endboss gespannt. Bringt mir... Mhhh... 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 Also, muss ich dich wahrscheinlich auswechseln. Gegen wen denn? Das ist jetzt die Frage. Die... Die rennen mir... Die Türen ein. Mhhh... Oder die Fenster. Sind ja wenigstens offen. Mhhh... Mhhh... Ja, wenn du wüsstest, was ich alles an Fanpost kriege... Tschblick... Tschbutziού. guessed it. Auuua... Heilt... Dich... Ich, äh... das hätte ich auch so überhaupt nicht geschafft ohne dich ganz ehrlich das dauert doch mal so lange ja und da du ja den Ark nicht nochmal brauchst hier hoffentlich nicht ich bin mal so frei damals hat man ja für die also für die Inniquest hier mit dem Bomb Dingern teilweise irgendwie 2-3-Ranz gebraucht je nachdem wie halt die Gruppe darauf geachtet hat die Minitrocks zu machen die wurden gerne vergessen das stimmt aber die EP die man kriegt von denen ist ja auch skalierend mit dem wie viel Live sie noch hatten ach so also war das wäre das gar nicht also wir haben jetzt 36 EP gekriegt für die eben gerade ach die holen jetzt die Drachen wa weiß nicht genau das wird wahrscheinlich wirklich am Level liegen aber das ist ja jetzt hier schon wesentlich entspannter vielleicht auch gar nichts verkehrt schon zum Abschied zum eventuellen Abschied natürlich nur so ist alles frei ist alles frei ich werde euch von innen heraus verbrennt er uns von innen heraus verbrennt er uns ist ja auch nicht dabei brenne ich doch von außen wahrscheinlich viel besser oder hast du ich weiß es nicht ich meine innen drinne bin ich feucht ja stimmt das hätte man hätte man anders formulieren können ja aber du weißt ja wahrscheinlich worum ich hinaus möchte weiß ich nicht weiß ich nicht also ich mach's nicht mit ist gar nicht was passiert wenn die ankommen explodieren aber das reicht auch alles so für mich jedenfalls piff puff puff ist ja tot loot nicht vergessen stoff ach nee sie könnten hier den loot auch mal ein bisschen anpassen auf die klasse die man spielt ja das finde ich auch wirklich beziehungsweise haben sie ja dann später also das ist halt das alte loot system noch war ja pass auf der drache kommt noch wir waren jetzt halt ein bisschen fix ein bisschen fix so kenne ich mich so machst du es nicht besser erst mit dem eben feucht und dann fix jetzt wird es nochmal interessant für dich übrigens achte wir bleiben ehrlich weil die haben doch so einen mordschaden gemacht wenn ich mich nicht aber ich stunde die einfach mal jobst dann ist gut weil die ja so eine weißen flächen auf dem boden meine ich gemacht haben oder wo die schurken in einem sekundentakt umgefallen sind uns was war da ja aber ich habe gerade auch irgendwas unterbrochen wo die irgendwas gecastet haben kanalisiert meine ich nicht gecastet ich bin entwaffnet aber ich habe immer noch meine krallen so Alexstrasas Eier ich muss näher ich bin außenreich okay na schade das ist wirklich krass zu skalieren schade dass wir Sättigung haben ich denke ich wollte jetzt am Schluss nochmal irgendwie alles zünden können ja kurz einen Cut machen also ihr müsst wissen eigentlich hat der Alex hier die ganze Zeit über alle Folgen immer die weisesten Sachen gesagt aber da kam ich mir so dumm vorgegen dass ich das nicht drin lassen konnte so kam jetzt sonst hat er sich teleportiert das Loch auf den Boden kommt ja auch noch jetzt musst du ah hier stimmt das war's so schön heilen jetzt kommen die Ads oder? ja lass die lass die Ads die hat so schöne Bossmechanik hier kaputt gemacht pass auf die Heimat den Boss voll der war kurzzeitig auf zehn Prozent ja kurz bevor er wirklich den einen Frame irgendwie so und dann ist er umgefallen ähm ja geil ja das ist natürlich hier absolutes Damage Management so schaut's aus ähm das heißt wir müssen zurücklatschen genau wir latschen jetzt zurück kein Flieger hier zurück? ich glaube nicht ich glaube nicht ja es war mir ein Fest auf jeden Fall mir hat's auch sehr Spaß gemacht auch wenn ich auch gar nicht so traurig bin dass es zu Ende ist ja definitiv aber gut ich meine war ja auch gar nicht ursprünglich geplant dass die ganze Geschichte hier so lang geht wir dachten wir machen halt irgendwie so 10-15 Folgen und dann kommen wir schon nicht weiter ja also ich hatte gedacht tatsächlich genau dass wir Classic schaffen und dass wir dann in BC ähm an die Grenzen kommen bei den späteren Indies genau also ähm spätestens dann irgendwie auch in Dune dachte ich dann wäre dann vorbei aber ja das ging ja eigentlich alles mit ein paar kleineren ähm ich erinnere mich nur zu gerne an Prüfung des äh Champions was war da mit dem immer rein und raus gestorben und wieder rein und ähm ach so ein paar Tricks meinste ja naja das ist ja jetzt eine Spielmechanik die man halt nutzen kann also ich würde das jetzt naja doch im weitesten Sinne kann man schon als Schummeln bezeichnen aber naja in den meisten Bossen kannst du den Geist nicht freilassen solange der Boss noch am Kämpfen ist mit irgendjemand anders da konntest du es also warum sollte man es nicht nutzen ja ich meine du ich glaube das mit dem nicht freilassen können das nur bei Raid Bossen weil es halt glaube ich gerade damals bei äh Lich King gab es irgendwie so ein paar Schichten das die halt den Geist freigelassen haben nicht in die Indie rein gekommen sind weil die nachher gekämpft haben dann haben sie einen Boss gelegt dann hat der ähm Kill halt für die nicht gezählt und seitdem ist und seitdem ist es ruhig bei Raid Bossen so dass du erst den Geist freilassen kannst wenn entweder ein Vibe ist oder der Boss tot ist naja wie gesagt aber ich hab das bei den meisten Bossen eigentlich bei allen jetzt hier auch und ich meine ich krieg's ja mit weil ich ja meistens immer der bin der tot ist zuerst während du noch kämpfst ähm und da konnte ich den Geist halt meistens halt auch nicht freilassen also das war da halt ähm ja wir müssen auch dazu sagen dass wir jetzt hier die Klassenauswahl nicht getroffen haben weil wir denken dass das irgendwie die günstigste Kombination ist um hier alleine durchzugehen das ist einfach nur weil unsere Mains halt diese Klassen sind und ich denke wir hätten richtig Arschkarte gehabt wenn wir weiß ich nicht Schoko und Magier gewesen wären ja also das war schon echt günstig dass klar einerseits ein Tank ohne Frage aber andererseits halt auch äh jemand der halt aus dem Off ein bisschen healen kann mhm ansonsten werden wir halt wesentlich früher gescheitert auf jeden Fall cool ich krieg Handschuhe nochmal zum Schluss cool Armschienen wenn ich jetzt so ein gutes Equipment kriege da will ich aber auch weitermachen Schatzkiste und nochmal ein Helm den ich brauche ja dann ähm äh warte mal so rum war es das? eine Verbeugung vor unserem Publikum und dann würde ich sagen vielleicht geht's noch weiter wenn nicht war schön dass ihr zugeschaut habt und geht's im nächsten Spiel weiter bis zu unserem nächsten Projekt ganz genau ich verabschiede mich und macht's gut adios adios ja 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 Vielen Dank.